ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft back to the roots mit mit der lieben annie ja und jetzt ein bisschen was passiert zwischen den folgen aufwechslungszuschauer sehen schon hier in der leiste ich habe von dem lieben wie sie ein bisschen außen bekommen hier helm harnisch schutz bein schutz stiefel spitzsacke schaufel axt schwert noch eine axt spitzsacke und hier wird auch ein bisschen fleisch steak gefarmt eben so das war es mir jetzt nicht passiert das war die folge dankeschön fürs einschalten wir haben natürlich war jetzt zwischendurch hat auch das habe ich gerade eben erste zeug erst bekommen damit habe ich noch nicht so viel gemacht ist auch nicht so sehr beansprucht man sieht aber wir haben noch ein bisschen andere sachen noch gemacht stimmt bogen habe ich noch nicht ich finde gerade ein ja gut das kann ich dir mal machen du willst mir machen also der thronsal ein bisschen größer geworden nenne ich es einfach mal genau die außenwände sind noch mal verändert worden hier guck die waren davon noch gar nicht doch wir hatten doch damit schon angefangen eigentlich war das in der aufnahme das war nicht in der aufnahme wenn ich weiß ich jetzt gerade nicht das ist schon ein paar tage her ja ich bin mir recht sicher dass das nicht in der aufnahme war wenn ich ehrlich bin aber ihr müsst guck mal was hier noch die frage ist hier hinter diese wasserstein so mit dieser lassen oder so mit der holz machen das war was ich meinte noch und da der liebe busy hat leider gedacht so ja da schenken uns paar sachen und schenken uns einfach mal hier 20 schalker kisten plus hier so ein paar stein steine eichenholz erde gras und das hat uns auch noch geschenkt hier also eine tür habe ich voll schon gehabt eine dazu wo dann noch eisenblöcke diamant blöcke das habe ich von den lieben red zwischendurch mal bekommen noch ein bisschen eisen erz dabei ist ja noch nicht genug eisenblöcke ich habe ein paar bücher noch und das war ja aus dem pvp das war mein folges inventar sozusagen ja das haben wir zwischen aufnahmen gemacht damit dort mit dem red gespielt ein bisschen das war nicht in der aufnahme ja das ist so passiert zwischen dem aufnahmen ich glaube ich habe noch ein bisschen weiter gebaut aber das ist unrelevant glaube ich ja aber auch noch wenig glaube ich ja ja der meister dann wieder hier dran gearbeitet ich hoffe er gefällt euch überredet bekommen das koppelstor weg zu machen das war das war vorher ja alles kabel stauen das ist ja die frage wenn wir hinterher auch koppelstor weg machen wollen das ist ja die frage da kommt das auch weg ja ja auch holz hinterher dann machen wir das mal eben ne müssen ja eh was zu tun haben sonst wäre ja nur rum und mach nix das wäre ja das geht ja gar nicht ah nee geht nicht absolut nicht das geht ja eh relativ schnell mit den ressourcen die wir haben ich bin so ein deppner schweig ich bin so ein deppner schweig so einhörner schweig bei dir was runtergefallen war das cool noch mehr ja ich warte schacki kommt auch noch zum einfangen ja hier die hast du das ding lassen deswegen ich wusste nimmst du nicht alles und guck mal fangen hast du mich auch nicht mal ich hab mich ausgerollt hallo ich bin nicht mal 1,7 und bei dir kommen da fast 2 meter zusammen ich kann nicht alles auffangen von dir also interessiere dich gar nicht ja ok dankeschön wau da muss noch ein ambush nennen gleich siehste wir haben ja Eisen wir haben ja Eisen wir haben ja jetzt Eisen brauchst du ne Werkbank hier guck mal hier guck mal hier hier ist ne Werkbank ja aber ich muss meine auch platzieren sonst hab ich keinen Platz im Wintergrund was ist passiert? was ist passiert? seht ihr? ich werde immer nur gemobbt von ihm ähm nimm 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 hallo ich bin der der die ganze Eisen bren top hat also bitte und zu of der Sudan wow wow wer war denn derjenige der vorher immer das ganze eisen verbraten hat du Weil er zu faul war zum Farmen. Ich bin zu faul zum Farmen, ja, aber du hast es verbraten, das stimmt. Nein, du hast es verbraten. Du hast die Ambosser gebaut, ich habe die Ambosser gebaut, auch nicht ein Kessler da hinten im Stall. Das hast du gebaut. Die Ambosser habe ich von dem Eisen gemacht, das ich extra gefarmt habe. Ja, also du hast es verbraucht. Was ich gefarmt habe, habe ich auch verbraucht. Alles andere, was an Eisen war, hast du für irgendwelches Weckzeug verbraucht, weil du zu faul warst, hier hast du zu farmen. Und vernünftige Werkzeuge zu machen. Okay, ich bin schuld, ich gehe mich schon vergraben, ciao. Es nützt nichts, wenn du dich vergraben gehst. So. Aua! Hör auf, hier jetzt so ein Mist zu fabrizieren. Ja, jetzt müssen wir wissen, wo ich bin. Oh, Chucky. Ja? Wir haben echt was Besseres zu tun. Echt? Komm mal raus. Du hast hier den Block nicht hingesetzt. Uff. Ich glaube, Hanni ist aus Düsseldorf rausgeflogen. Uff. Ähm. 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 Wir haben Silve-Haus zu tun, sag ich ja. Ähm. Ich pausier mal kurz die Aufnahme. Ähm. 5.000 abhängen. Fuck. Gebt jetzt einen kleinen Cut für euch. Und gleich ist Hanni wieder mit dabei. Bis gleich. Da ist sie wieder. Hi. Hi. Ja. Bis gestern. Da war wohl ein kleiner Cut, ne? Ein kleiner. Ich glaube, du bist irgendwie rausgeflogen oder so, ne? Ja. Ein paar technische Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt geht's wieder. Hey. Welcome back. Dankeschön. Gut. So. Wir waren dabei. Und guck mal. Wir nehmen auf. Und das rechnen ich schon wieder. Ich hab das schon mal gesagt, glaube ich. Wie immer, wie oft die mir rechnet ist. Immer. Immer. In jedem Spiel. Wir waren ja gestern dabei. Das Letzte, was ich so mitbekommen habe. Dass Busy uns, ja, diese wunderbaren Sachen alle gegeben hat. Genau. Das waren wir ja schon fertig eigentlich. Eigentlich waren wir schon fertig mit dem, was wir... Ich weiß es nicht. Ich hab geleckt. Lass mich. Nein. Also eigentlich hab ich schon alles erzählt. Den ersten 10 Minuten, die jetzt hier vorkommen, sozusagen. Fast 10 Minuten. Also eigentlich könnten wir jetzt Tusch, was wir machen wollen. Na, du? Was wollen wir denn machen? Tja, was ist unser Plan? Ich hab keinen Plan. Geil. Gut. Der Plan für diese Folge ist, einen Plan zu suchen, was wir machen können. Jetzt sollen wir den Tronsar weiterbauen. Müsst ihr hier noch ein bisschen höher, die Mauer? Oder was ist so der Plan hier mit dem Eingangsbereich? Das hätte ich auf jeden Fall noch höher machen müssen, ein bisschen. Das mit dem... Fichte und Stein meinst du jetzt? Und dann so hoch, wie der hier oben ist? Genau. Und da kommt ja dann ein Dach auf, was hier vorne erstmal aufhört. Also hier und dann ins nächste rüber... Oh, ich warte mal. Ja, da kriegen wir jetzt... Dann ist das gar nicht mal so schlecht, wenn das hier doch ein Stückchen niedriger ist und dass der Tronsaal oben drüber hängt, auch mit dem Dach. Oh, warte mal. Ich muss mal kurz einen Holzblock hier kaputt machen. Mich nervt die Anzeige oben. Oh. Also, wenn wir das hier hören, hast du das? Wie hoch? Ja. Nee, warte, warte, stopp. Ich hab doch eben gesagt, vielleicht machen wir das doch nicht. Hörst du mir mal zu? Nein. Nein, hör mal auf. Mann. Wow. Oh, ey. Ich habe eben gesagt, dass es vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, wenn hier das Dach von dem Vorgedöns niedriger ist, als das Dach vom Tronsaal an sich. Ja, gut, ist ja niedriger. Aber ich wusste ja nicht, wo du meintest. Ob hier, ab da vorne. Ja, ganz braun. Also hier auch schon, oder was? Ja, ja, das ist dann also... Ja, ich hab ja gesagt, warte. Mann. Mann, Frau. Also ab hier, oder wie soll es jetzt sein? Genau. In der gleichen Höhe bleiben jetzt. Oder... Oder what do you mean, girl? Richtig. Ich bin dann... Ich bin gerade am überlegen, weil wir haben ja hier die... Die muss ich auch noch auf der anderen Seite machen. Hier muss ich auch noch zumachen. Ja, genau. So, hier werde ich dann wahrscheinlich diese schwarze Ecke wiederholen. Wieder vorne. Und es kommt ja noch was Specialiges hier rein. Nein. In dem ganzen Konstrukt. Ich weiß von nix. Cool, dass du Pläne machst, die ich nicht weiß. Dankeschön. In meinem Gebiet. Schmeiß dich raus. Es hat ein Special. Wow. Überraschung auch für dich. Sehe ich nicht, Fräulandchen. Das heißt... Du brauchst meinen Trepp ab. Dankeschön. Bitte. Das heißt... Also hier ist noch ein bisschen Trockenbeton drinnen. Also gut, das... Ich weiß nicht, ob das reicht. Das Trockenbeton würde ich erstmal weglassen, glaube ich. Was erstmal nur so, damit das... So ist, wie es da ist. Wie meinst du das? Ich kann das schon mal bauen, das Holzstück. Ach so. Ja, 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 ja. Jetzt weiß ich, was du meinst eben. Äh... Ich muss erstmal mein Inventar ein bisschen auslernen. Cobblestone brauch ich nicht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs waren das. Zwei, drei... Okay. Das ist ein bisschen du, weil wir sind nicht, dass da nicht was da drüben ist, ne? Das ist jetzt... Warte mal kurz. Ich bin, glaube ich... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte, warte, warte. Ich glaube, ich... Warte. Warte. Warte, 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 warte. Oh. Oh, den... So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh nee, da muss ja keiner ändern, ne? Nee. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh nee, das brauche ich ja doch noch. Oh nee, das brauche ich ja doch noch. Da brauche ich nicht. So. Irgendwo grummelt hier jemand, aber hey. Ich bin's nicht. Irgendwie grummelt hier der Magen. Wow. Ich hatte einen Hunger. Ich hatte einen Hunger. Ich hatte einen Hunger. Ein, zwei... Uff. Das ist jetzt... Hä? Bin ich gerade so blöd? Ja, ne? Ich glaube schon. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Äh, warum haben wir eigentlich so viele Sticks? Vielleicht hat jemand sich überlegt, so... Ich crafte mal ein paar... Und dann hat er vielleicht so viel gecraftet. Kann vielleicht passiert sein. Oh. Ich meine, es ist... Es wäre möglich, aber vielleicht ein paar... Irgendwas Holz da reingelegt, dann sind ein paar Stacks und dann waren es plötzlich mehr als... Ähm, den paar, den man braucht. Also, habe ich es vermutlich so, ne? Also, ich weiß nicht, wo genau. Ich weiß, waren nicht dabei. Keine Ahnung, aber... Das kann so passiert. Achso, ja, ja, ja. Das kann so passiert sein. Ja, ja, ja. Verständlich. Wann, ich werde hier von... Alten... Alten. Allen Seiten belagern. Du bist von alten Seiten belagert? Oh, fuck. Immer diese alten Greise. Genau. Genau, 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 genau. Weg mich mit denen. Du musst gleich hier gucken, dass du hier die schwarze Ecke baust, hier, ne? Ja. I know, I know, I know, I know. Weil hier ist dieses Holz-Dings gleich fertig, hier. Das passt halt genau bis zum Dings, ne? War ausgemessen? Tatsächlicherweise nein. Oh, lol. Ich bin halb gut. Ja. Okay. Wow. Oh, der ist ja perfekt. Ähm. Was denn? Aber ein Problem gibt's dabei. Was? Ja, das Fenster, ich weiß. Hab ich eben schon gesehen. Äh, da müssen wir gleich da mal gucken von innen. Also soll ich die Station einfach so hochziehen, oder soll ich erstmal hier ein bisschen unten lassen? So tief? Nee, zieh mal. Fuck. Das arme Fenster. Das wäre Fenster. Das vordere Fenster. Okay. Hi. Hi. Ich zu sein, fährt das gar nicht wirklich auf. Wann mal hier. T, P, A, Henning. Also zumindest, wo es jetzt so dunkel ist, ne? Ja, gut, aber es gibt ja noch zwei dazu, ne? Die Frage ist, macht hier vielleicht, oder macht farbenes Glas rein oder so? Ja. Das wäre doch ne Mökeligkeit, ne Mökeligkeit. Mökeligkeit? Eine Mökeligkeit. Sonst ne Mökeligkeit? Nein, eine Mökeligkeit. Kannst du hier übrigens ganz viel aufsammeln, glaube ich, mittlerweile. Ja, würde ich nicht. Ich hab jetzt alles, ich weiß, wahrscheinlich eher alles wegschmeißen, weil ich an Sachen nichts machen kann. Mit Mods und so kann man da ja viel machen mit dem ganzen Zeug, ne? Aber hier so ohne Mods ist es schon so... Kannst du traden, oder so. Ja, wow, kannst du auch traden, ey. Ach, kacke, jetzt hab ich uns aufmeldet. 3213, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann kommt hier so zwei das vor. Ich hab keine Stufen mehr, ey, mann. Ich glaube, es war ein Creeper, der explodiert ist. Nein, wie kommst du denn da? Nein, okay, dann verdurre ich mich. Ich bin halt ein Noob, entschuldige. Ach, tschacke. Ja, bei der Arbeit. Ach, würde ich gerne dich. Mich? Ja. Ja, was würdest du gerne? Hauen, schlagen, wie auch immer. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist das richtig? Eins, zwei, oh ja. Hab ich denn gedacht, das ist mehr? Was denn? Von außen lasse ich die Steine zählen, dann töten wir erstmal noch weg. Ist okay, ist okay. Das passt halt echt gut, ne? Also, obwohl das jetzt, ist das jetzt nicht falsch? WTF? Ich bin bei 13 mit dem Block. Ich stehe auch bei 13, oder nicht? Haben wir, ist da, haben wir noch einen Fehler drin? Das ist wo drin, ne? Drei daneben, warte mal kurz. Ich glaube, dass die Doom ist. Entweder ist die Doom falsch, oder das ist falsch. Eins, oder eins, falsch, auf jeden Fall. Weil hier sind wir nämlich nur zwei. Das ist gut. Boah, hab ich die Erde dabei? Nein, hab ich nicht. Scheiße. Ja, du hast hier nur zwei gemacht. Ne, es sind ja drei. Aber es ist beides trotzdem auf der gleichen Höhe. Es ist beides, wenn du jetzt hier, dieser Stein in der Mitte, dieser mittlere, ist bei beiden Seiten in der Breitengrad bei 3013. Das heißt, sind die genau gegenüber voneinander. Das heißt, da müssten die eigentlich genau gleich sein. Und die sind nicht gleich, das eine von beiden Seiten ist falsch. Also, diese große Mauer, eine von beiden Seiten. Ach, nochmal kurz. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Das hat nicht geregelt. Dann kommt da ein... er wusste leider fehler drin 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ok das ist gut also bei dir da hinten ist es richtig hier ist der fehler also da wo wo bist du denn hier hinten wo ich das mit dem beton angefangen habe das heißt hier muss noch was gemacht werden jetzt noch mal ein bisschen abreißen und neumachen welches holz ist denn das holz hier oder was das hier ist ein zu wenig fuck und ich habe es gebaut ich bin so ein dad okay das heißt aber fehler können passieren dass er nicht so will also das heißt aber dann trotzdem soll dann diese seitwärtsmauer soll die so bleiben das heißt dass die dann da nur mit zwei übersteht oder soll die dann noch eins weiter nach außen damit die dann nein 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 wenn dann muss es bleiben wird alles gleich gemacht das heißt das soll jetzt so bleiben oder nicht nein das wird abgerissen also hier wird das jetzt aber jetzt erweitert da hinten was du gemacht hattest ja und das hier das hier weil ich das einfach nur eins abgezogen werden ja die frage ist das hier das hier das muss eins so weiter rüber ab und reißen verstehe ich nicht aber ist ja nicht so schlimm aber weißt du was wir machen das in der nächsten folge also wir machen das zwischen den folgen sagen wir so und die folge machen wir jetzt mal sagen wir mal tschau ich sag mal dankeschön fürs einschalten bei Minecraft Back to the Woods mit der lieben Hanni schau